Generationen werden in Stenaz die einzigartig verzierten Eier hergestellt. Das Eierkratzen ist ein Teil der Identität der kroatischen Gemeinde und überregional bekannt und begehrt. Doch das Kulturgut ist vom Aussterben bedroht. Nur mehr wenige Damen beherrschen die Technik und wenn man wirklich aktive Eierkratzerinnen sucht, ist die Auswahl sehr klein. Das ist nicht liebste, was sie jemes ließ nach mir ist.